So, herzlich willkommen zur vorletzten Session hier im Saal von Volksbühnen. Ja, von Volksbühnen. Eine Recherche in der Community haben wir das genannt. Das hat ein bisschen Tradition bei uns. Investigativer Journalismus, letztes Jahr, die, die hier waren, erinnern sich vielleicht, Ulrich Ladona von der ZEIT war hier, der hat über die Fake-Fabrik in Mazedonien gesprochen, Herstellung von Fake News im Wahlkampf in Amerika, mit einer Reportage in Mazedonien. Heute haben wir einen tollen Gast, John Götz. Und John hat auch eine Recherche gemacht, allerdings nicht in Mazedonien, sondern in Berlin. Eine Recherche in der Community, eine Recherche, die sich um ein Thema dreht, das, glaube ich, so die Theaterwelt, wenigstens die Berliner und auch den Kulturjournalismus über zwei Jahre beschäftigt hat und länger. Länger, muss man sagen, wenn man das Datum da vorne links sieht. Genau, John ist heute hier und wir versuchen jetzt mal in 40 Minuten, die wir haben, möglichst viele Informationen an euch weiterzugeben. Das würde uns natürlich nicht gelingen, alles zu erzählen, weil da bräuchte man eher, glaube ich, mehrere Abende. Kurz zu John, 62 in New York City geboren, NDR-Redakteur für investigative Recherchen und Teil des Investigativ-Ressorts der Süddeutschen Zeitung, beteiligt an der Aufdeckung der CIA-Geheimgefängnisse, hat den legendären Kronzeugen der US-Regierung zur Rechtfertigung des Irak-Kriegs gefunden, wurde mit dem Henry-Nannen-Preis ausgezeichnet. Die Liste wäre viel länger, ihr findet das im Netz. Jetzt sieht man erst mal eins schon, du bist ja kein Kulturjournalist. Genau, also überhaupt nicht. Also ich habe da im Prinzip immer Verteidigung, innere Sicherheit, Geheimdienste, also staatliche Missstände angeguckt. Das war eher so, was ich bisher gemacht habe. Ja und wie kommt es jetzt dazu, dass du dich um die Volksbühne kümmerst? Hast du dann Bezug? Gibt es dann eine Beziehung? Also wie, also ja, ich meine, ich bin jemand, der gerne ins Theater geht, also schon länger und, aber beruflich hatte ich damit nichts zu tun und hatte auch in dem Sinne auch keine, ja, berufliche Kontakte. Also viele Leute, die ich kenne, haben mit der Volksbühne, also so gehen hin oder so, aber ich bin da nicht. Aber du hast vieles gesehen da. Das heißt, so der Geist der Volksbühne, den hast du schon erfasst. Also meine erste Karsthoff-Inszenierung war hier eigentlich, also die Paris, Paris in 89 und blieb dann irgendwie zur Wendezeit, also viel im deutschen Theater und dann so bin wie viele, dann habe ich da viel in BE gesehen, also in den 90er und dann gab es dann so ein Mitte der 90er, also so ein Merkstein-Europäer und so, wo dann man eher so im Prinzip so ein Theater zu Hause da bei der Volksbühne gefunden hat. Das heißt, ich habe da auch, ich sage mal vom Polish, glaube ich, fast alles gesehen in der Zeit. Also so, ich weiß nicht, wie viele Stücke das waren, aber ich habe vier gesehen. Also er sagte neulichens 50, also in der Volksbühne-Zeit. Zur Recherche. Es gibt einen Abend, da triffst du Peter Launbach. Der erzählt dir was von üblen Dingen, die in einem Vertrag stehen. Wie geht es da los? Genau, das muss man irgendwie auch betonen. Also das ist eine gemeinsame Recherche mit Peter. Die gesamte Geschichte wäre auch mit Peter in keinster Weise irgendwie denkbar. Also ich hatte extrem viele Kenntnislücken, wie diese Welt da funktioniert. Und da sind im Prinzip so alle Schritte irgendwie mit Peter gemeinsam gemacht oder gemeinsam überlegt oder wie man das mag. Ich hatte Peter bei einem Geburtstag kennengelernt. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wer er ist und was er mag. Also die Namen kamen mir irgendwie bekannt vor. Und ich hatte eigentlich bisher, glaube ich, nicht eine Kolumne von ihm einen Tipp gelesen. Also habe ich da einfach bis heute auch nicht. Und auch Theater-Rezensionen lese ich meistens nicht oder sehr, sehr selten. Vielleicht einmal im Jahr oder so. Und das heißt, ich hatte irgendwie in keinster Weise irgendwie so gewusst, was seine Linie war. Aber wir hatten da im Prinzip über die Volksbühne gesprochen. Und er meinte, also ja, dass es so ein Dokument gibt, die keiner irgendwie bekommt, die vielleicht superwichtig wäre. Und das wäre der Vertrag von Chris Derkon. Und er würde da irgendwie davon träumen, diesen Vertrag zu bekommen. Naja, also das ist so berufliche Mission, was ich mache, ist, also geheime Unterlagen, also mindestens in einem anderen Bereich, in einem Sicherheitsbereich, irgendwie rausholenden Geschichten darüber zu machen. Und dann dachte ich, ach, also müssen wir uns überlegen, wie bekommen wir diesen Vertrag. Also so schwer kann das auch nicht sein. Es ist nicht eingestuft, ich meine, es ist nicht geheim eingestuft. Es ist eigentlich keine Straftat, das rauszugeben. Es ist nicht NFD, es ist nicht VHS-Geheimnis, es ist nichts. Also eigentlich, also wenn man überlegt, dass die normale, dass man normalerweise jemanden überzeugen muss, richtig einen Straftat zu begehen, um dir Sachen zu geben, kam mir diese Vertragsgeschichte viel leichter vor. Und dann bist du losgegangen und du bist erstmal gegangen, um Material zu organisieren zu den Abgeordneten im Kulturhausschuss. Genau, also ich ging zuerst zur Abgeordnetenhaus und habe dann die, also fast mit allen Parteien aus der AfD, die Kulturpolitiker gesprochen. Und weil ich dachte, also vielleicht ein bisschen aus Bundestagserfahrung, dass die an Unterlagen reinkämen. Also und dass die das auch als ihre Auftrag verstehen, also im Prinzip das Exekutive zu kontrollieren. Da waren sehr interessante Gespräche, aber da ist am Ende wenig dabei rausgekommen. Das heißt, die Abgeordneten, die im Kulturhausschuss waren, bis auf Ausnahmen, die du gefragt hast, die sind dem gar nicht nachgegangen? Na, ich habe denen sogar den Antrag geschrieben, mehrere von denen und das, denen alle geschickt und, ja, also da ist nichts dabei rausgekommen. Also man kriegt da irgendwie mit, das, also das ist auch eigentlich super spannend, das musste man irgendwie ein anderes Mal diskutieren, aber es gab da auch eine Abgeordnete aus Reinickendorf, der so richtig auch ein Problem damit hat, dass Reinickendorf nicht genügend vorkommt in den Kulturleben der Stadt. Also ja, es war super interessant zu hören, was ihre Beweggründe waren. Beweggründe sich nicht darum zu kümmern. Ja, das, aber auch, so man merkte auch so Ressentiments gegen die Volksbühne, so Ressentiments so irgendwie, ja, dass das immer noch Thema ist, diese Osten und irgendwie, also, ja, also man merkt es und Frust mit, ja, das war irgendwie auch, war super interessant, also, und auch die CDU und FDP und so. Aber dann bist du selber losgegangen mit etwas, das man Informationsfreiheitsgesetz nennt. Genau, also als ich mitgekriegt habe, dass, also Peter, nee, Entschuldige, das ist alles zusammen mit Peter, also, als wir verstanden haben, dass im Abgeordnetenhaus da keine richtige Hilfe ist, bin ich denn an die Piepenbrock-Derkorn und Team-Derkorn sozusagen herangetreten und gleichzeitig auch ein Informationsfreiheitsgesetzantrag gestellt. Und nach meinem ersten Termin mit Frau Piepenbrock habe ich bei ihr so E-Mails gesehen, die auch von der Tape-Modern kommen, von Chris Derkorn. Und in allen die Tape-Modern-E-Mails steht ganz groß unten, also, Achtung, nur dass Sie wissen, jeder einzelne E-Mail von der Tape-Modern ist von einem Informationsfreiheitsgesetz zu bekommen, sozusagen. Also im Prinzip passen Sie auf, was Sie schreiben. Und dann dachte ich, ach Mensch, also nicht nur Berliner Kulturverwaltung, der Beantragung war auch Tape-Modern. Wieso nicht? Also, ich meine, wenn die das sagen, und dann haben wir den Senat und Bürgermeister und Kultur, diese Monika-Grütters-Verwaltung und auch das Auswärtige Amt, weil Tim Renner und Matthias Lillenthal waren in verschiedenen Gremien für deutsche Kulturpolitik, was Frank-Walter Steinmeier organisiert hat. Und da hatte ich gehofft, dass es da vielleicht irgendwelche Zeug gibt. Ab welchem Punkt hast du gemerkt, dass die Recherche, abgesehen von den Nachfragen nach dem Material, so Fahrt aufnimmt, so, ich sage mal, viel versprechender wird als das, was man bisher wusste? Na, was ich super interessant fand, also nach wie vor, also eigentlich das Spannendste überhaupt, war diese frühere Zeit, als die mit Tim Renner überlegt haben, was machen wir? Also was ist unser Plan? Und ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie echt rübergekommen ist und das ist da eigentlich nie so richtig kommuniziert, finde ich. Ich meine, die Idee war, die Abfertigungshalle vom Tempelhof, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt, ne? Klar, oder? Also das sollte der Eingang der neuen Volksbühne werden. Also die Abfertigungshalle war, wo man die Karten kaufen sollte. Und dann ging man links und rechts in der Hangar, fünf oder sechs oder wo die genau sind, weiß ich nicht. Aber das ist eine unglaubliche Vision, was sie da hatten. Und die Idee, dass die Volksbühne ist sozusagen auf dem internationalen Markt, also Berlin markiert. Also, und als ich das gesehen habe, also das DERKON ist Generalintendant immer von dieser größeren Struktur gewesen. Also, wie die das nennen, das Stammhaus ist immer eigentlich ein Nebenwiderspruch gewesen. Also das Hauptding war Tempelhof. Also am Anfang dachte man vielleicht, also Kunstwerke dazu, Kunstwerke aber ist weggefallen. Weggefallen und die Idee war, so eine DAK-Marke zu veranstalten. Und da sollte jeder einzelne Haus, Babylon, Prater, Stammhaus und Tempelhof, alle so künstlerische Leute bekommen. Und das sieht man eigentlich sozusagen, ich meine, der Karten ist jetzt weg, aber bis dahin war er immer noch Generalintendant Generalintendant von einer nicht mehr existierenden Struktur. Also, und sie war, Pikenbock war, Programmdirektoren von den gesamten Dings. Aber am Ende hatten die denn nur ein Haus. Aber die Struktur blieb erhalten. Das ist erklärt, warum er nie eigentlich richtig Intendant war. Er war also Generalintendant von einem größeren Projekt. Wir kommen vielleicht beim ersten Dokument, das du im Gespräch mit Marietta Pikenbrock gesehen hast. Eine Antwort, bzw. ein Schreiben an den Senat, wo auf eine bestimmte Problematik hingewiesen wird, nämlich, dass geändert werden muss oder geändert werden würde von Ensemble-Besetzung hin zu einer, sage ich mal, produktionshaushaften GmbH. Aber sie bekommt darauf nie eine Antwort. Genau, ja. Das heißt, das versackt, also man könnte sagen, eigentlich wusste die Leitung, wusste Marietta Pikenbrock um die Gefahren dieser Umwandlung. Ja, ja, ich meine, es war ihr völlig klar. Ich meine, das sieht man also, dass das eine riesige Auseinandersetzung bedeuten wird. Also wenn man von einem, wie sie das sagt, klassischen Repertoire-Theater geht, zu diesem neuen Konzept, was die da haben. Also wie man das nennen will, also da gibt es irgendwie so Konflikte, über wie man das genau nennt, aber weg von dem klassischen Ensemble. Also, und das, also was schon spannend ist, ist, dass die intern im Klaren waren, aber nach außen ist es echt anders kommuniziert. Also, das sieht man eigentlich, wir haben da eigentlich in den Artikeln, ich weiß nicht, ob irgendjemand das gelesen hat oder einige von euch gelesen hat, also in den Artikeln haben wir so ein Beispiel, wo die nicht, wo es heißt, das Ensemble-Theater bleibt und so. Aber da gibt es mehrere Beispiele, wo die in der Öffentlichkeit, wir haben nur so ein paar Neuen genommen, aber es gibt viele Beispiele, wo die immer wieder in der Öffentlichkeit ja, also nicht ganz so wiedergegeben haben, was die intern gedacht haben. Da kommen wir vielleicht zum sehr spezifischen Punkt, den du eben schon kurz angesprochen hast. Der große Plan Tempelhof, die Abfertigungshalle, die Hangars, all das kostet Geld. So, jetzt sehen wir hier einen Aktenvermerk aus der Kulturverwaltung, der eigentlich infrage stellt, schon zum Beginn 2015, ob diese Finanzierung für diesen großen Plan überhaupt vorhanden ist. Genau, also dieses Dokument ist noch interessant, weil es an den 11. Februar 2015 hat Chris Derkorn mit dem Bürgermeister getroffen. Und was man irgendwie Michael Müller auch sagen muss, ist, dass er Chris Derkorn gleich gesagt hat in dem Termin, ja, die drei Millionen, die du da haben willst, haben wir nicht. Und dann am nächsten Tag sitzen die in der Kulturverwaltung und so, ja, was wurde da gestern gesagt? Und der Bürgermeister sagte, und das sieht man hier, das wird nochmal wiederholt, das Geld ist nicht da, die drei Millionen. Und da dann sagt dann Derkorn, und das kommt dann später, in einem E-Mail, was nicht hier ist, also, dass er mit Sponsoren, und dann erwähnte er auch Daimler und BMW, er sagt, das muss man auch erinnern, er hat 40 Millionen Pfund für die Turbinehalle bei der Tape Mautern organisiert. Also, in 40 Millionen Pfund, also, dass er da 1,5 Millionen für Tempelhof organisieren musste, schien realistisch zu sein. Aber nochmal, es ging in alle ihre Ideen und Konzepte in dieser Zeit hauptsächlich um Tempelhof. Also, er hat sich im Prinzip als Tempelhof-Mensch verstanden. Und also, was wir als die Volksbühne verstehen, war nie seine Hauptbeschäftigung, mindestens nach den Aktenlager. Also, da sieht man eigentlich niemals in E-Mails, vielleicht gibt es da welche, die da noch kommen oder so, wo er leidenschaftlich über was für einen Regisseur, oder was für Inhalt man da haben will. Es gab die Idee Polish. Ja, lass uns zu der mal ganz kurz einhaken, weil die ist ja paradigmatisch für, du hast das mal genannt, da hört jemand ein bestimmtes Geräusch nicht, das E-Geräusch, also sozusagen auf einer bestimmten Frequenz, wird einfach die Ohren geschlossen. Es gab Gespräche mit Polish, du hast das dokumentiert im Artikel, ein Gespräch, Polish sagt ab, auf der Pressekonferenz wird verkündet, man sei noch im Gespräch. Polish war als Leiter des Stammhauses vorgesehen. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass der Plan eigentlich schon zur Pressekonferenz geplatzt war. Genau, es gab eine Pressekonferenz, wo der Bürgermeister zusammen mit Chris Derkorn irgendwie die neue Intendanz angekündigt haben. Und da gibt es dann viele natürlich, die vorbereiten, da gibt es viele Unterlagen, wo die also was sagen, wie auf der Pressekonferenz. Und so, und da sagt dann die Leitung, also die Team Derkorn, dass die Gespräche mit Polish noch im Gang sind. Und das Faszinierende ist, in allen ihren Konzepten spielt René Polish eine große Rolle. Also der ein Konzept wird geleitet mit einem Zitat von ihm und so. Die haben aber nie mit ihm geredet. Also da kann man auch einen falschen Eindruck bekommen. Also das ist echt mit ihm in keinster Weise abgesprochen. Also die haben das einfach losgeschrieben. Und das heißt, es ist dann extrem wichtig für ihre Planung, dass das mit Polish klappt. Und das muss man sich irgendwie schön vorstellen, dass die das Konzept setzt voraus, dass das geht, ohne mit ihm geredet zu haben. Und dann kommt der erste Termin mit Tim Renner und Polish und er schreibt gleich am nächsten Tag, nein, ich stehe nicht zur Verfügung. Und dann wird er dann nochmal überredet, also vielleicht doch mit Derkorn zu treffen, das mag der auch. Und dann am nächsten Tag, gleich vormittags, kommt so ein zweites E-Mail, nein, ich stehe nicht zur Verfügung. Trotzdem. Die beiden Mails habt ihr in den Artikel verlinkt. Genau, in den Artikel zu lesen. Die sind sehr aufrichtig, schöne, interessante Briefe, finde ich. Und dann trotzdem zwei Wochen später in der großen Pressekonferenz sagen die, wir sind im Gespräch mit Polish. Obwohl das Act nicht wahr war. Jetzt einmal noch zu Tempelhof. Es war ja schon eine Bespielung gedacht in 2016, um quasi als Teaser für die Sponsoren zu dienen. Ach, genau. Um daraus überhaupt den Drive für weitere Tempelhof-Bespielung zu machen. Einen Schritt zurückgegangen. Wie kam... Bleiben wir kurz bei Polish. Also als 2016 der Plan bestand, das zu machen, also schon anzuspielen, war ja gleichzeitig der Versuch gestartet, war Polish als Leiter der Volksbühne zu gewinnen. Was hat er sich gedacht, für wen er in Tempelhof diese Kunst anbieten würde? Naja, ich meine, ich wollte nicht so sehr darauf reingehen, obwohl, ich meine, das könnte man. Und das ist eigentlich schon sehr interessant, weil in den früheren Konzepten gibt es schon sehr viel über den Tourismus. Also ich meine, das ist, also die Zahlen, ich meine, Derkon redet davon, dass er 250.000 Menschen in Tempelhof jedes Jahr hinbringen kann. Also 250.000 ist eine große Zahl. Das muss man sich extra überlegen, dass das die Planung war. Und die wollten, also 2016 während der Intendanz von Kasdorf beginnen. Also mit neuen Volksbühnen, wie die das genannt haben. Mit einem Unterstrick dazwischen, die leider irgendwie in den Texten immer rausgeflogen ist. Aber das war ihr Ding. Und da sollten sozusagen die Sponsoren super begeistert werden, von was die da alles auf Tempelhof tun. Und dadurch sollte die Finanzierung, die Sponsorengelder angeheizt werden. Das war ein Konzept von Anfang an, die ganz eindeutig primär also diese Tempelhof, was für ihn das Zentrale war, immer auf Sponsorengelder. Also nicht dieses traditionelle deutsche Finanzierungsmodell, sondern eher die britischen, also vielleicht auch amerikanischen Modell. Jetzt gibt es diese Pressekonferenz. Die Pressekonferenz der Präsentation von Derkon. Michael Müller ist dabei, Tim Hender ist dabei. Und jetzt, das ist eine kurze Geschichte, ein kurzer Brief von Tim Renner, stellt sich raus, und das ist ja bisher so nicht gesagt worden, dass durchaus ein Kontakt zwischen Matthias Linenthal und dem Team bestand. Also erst mal ein Kontakt bestand und auch Gespräche stattfanden. Vielleicht fangen wir es ein bisschen früher an. Es gab eine Begehung im Tempelhof der beiden. Und die ist ja auch dokumentiert. Genau. Also ich habe immer wieder, und ich würde auch super gerne immer noch eigentlich mit Matthias eigentlich reden, über wie das lief und so. Und was war eigentlich sozusagen, man muss erinnern, dass er schon mal, als er bei Hau seine Spielzeit da beendet hat, hatte er eine große Extravaganze irgendwie auf Tempelhof gemacht. Es gab auch im BZ, glaube ich, ein Artikel, wo er da meinte, mit fünf Millionen könnte man irgendwie Tempelhof zur, was man auch wissen muss, ist eigentlich ganz interessant, die CDU damals, es war eine große Koalition zwischen SPD und Berlin damals regiert von CDU, SPD. Und die Wirtschaftsressort gehörte die CDU. Und die wollten Tempelhof so ein innerstädtliches Messegelände machen. Und da hat Renner und Müller, was ich auch eher positiv finde, haben das als Kulturbereich erklärt und nicht das Messegelände. Was also für die kulturelle Entwicklung von Tempelhof und so, was auch Müller sehr interessiert hat, war die Idee so über 20, 30 Jahre, wie kann man Tempelhof anders entwickeln. Und dass es da nicht ein Messegelände war, war erst mal so eine positive Errungenschaft. Und die haben da irgendwie erzählt, ja, also da kommt Kultur und da sollte irgendwelche bekannte Künstler da irgendwie große Ateliers bekommen. Und also da war irgendwie große, große Planung, wie man Tempelhof als Kulturzentrum, genau, und da war Matthias Lienthal mindestens der für Bekannte, also Anhänger dieser Tempelhof-Idee. Und dann gibt es dann der erste Besichtigung wo, ich meine, vergiss auch nicht, Derkorn hat sich immer fotografieren lassen in Tempelhof. Er ist nicht nur bei der Pressekonferenz, er ist extra auch dahin gefahren für Fotos. Also das muss man, also diese Abendfertigungshalle war vielmehr... Na gut, also die erste Besichtigung ist dann irgendwie Weihnachten 2014, wo Matthias Lienthal zusammen mit Chris Derkorn irgendwie im Prinzip seine neue Spielstätte anguckt. Also und er ist ganz beeindruckt und das ist viel größer als die Tate Modern und so und die Türen gehen offen, also zu und da hat man diese Fälle draußen und also das ist, ich meine, das ist eine große Vision, was die hatten. Ja, jetzt springen wir... Also genau, nur kurz dann zu Matthias. Gerne. Die Piechenbrock hat dann, das ist leider sehr, sehr spät mir gegeben worden, also richtig so eigentlich fast einen Tag vor der Folge, deswegen kam es nur so kurz vor in der Artikel, aber die haben ihre eigene, ich sage mal so, so Chronologie des Scheiterns, kann man so sagen, also die haben so ihre eigene Chronik gemacht, was ist da alles schiefgelaufen im Prinzip. Und da kommt es dann irgendwie immer wieder vor, also nach Ratschläge von Matthias Lienthal das und dann, also es ist ganz eindeutig, mindestens in ihrer interner Beschreibung, dass in dieser Anfangsphase, als es da um Tempelhof ging und so, dass Matthias Lienthal auf jeden Fall sehr anwesend ist. Noch mal auf dieses nicht gehörte Ehe zu kommen. Wenn so auf die Kulturpolitik, sage ich mal, im Allgemeinen eingedroschen wird, dass da alles falsch läuft und schlecht und schlecht gedacht, das muss ja unterscheiden zwischen der politischen Leitung zu dem Zeitpunkt und der Verwaltung. Jetzt hast du zwei Verwaltungsvermerke im SZ-Artikel verlinkt, die sind ganz interessant, und zwar die Beschreibung einer Mitarbeiterversammlung in der Volksbühne. Da gibt es drei Beschreibungen, eine von Chris Derkon, die du zitierst, eine von Tim Renner, die du zitierst, die von Derkon klingt wie ein Kampf, den man kämpfen musste, aber aus dem man doch erfolgreich herausgekommen ist. Renner sagt, war rough, er war ein bisschen erstaunt, aber irgendwie schon okay. Und der Mitarbeiter der Kulturverwaltung, der da war, beschreibt das Ganze in sehr sachlichen Worten als totales Desaster der Kommunikation, der Nichtüberzeugung der Mitarbeiter an der Volksbühne. Kannst du einschätzen, woher dieses sozusagen, es wirkt, als wäre man bei Rashomon, als würden da drei Leute bei derselben Veranstaltung sein, aber sie haben völlig unterschiedliche Sachen gesehen. Woran liegt das? Kognitive Dissonanz im Prozess? Ich glaube, wenn man Sponsoren im Kopf hat, ständig, man muss schon, man ist verpflichtet, einem positiven Gesicht alles zu geben. Also es läuft, es geht. Also eben, das muss man erst auch unter Druck in der Zeit, diese Sponsorengelder für sein Projekt Tempelhoff hinzukriegen. Also, und dass man das irgendwie da rausgeht und sagt, ja, das lief, also vielleicht war es so ein bisschen, also das Positive, ich weiß es nicht, also da versuche ich vielleicht so ein bisschen Küchenlogik da irgendwie in ihm reinzunehmen, und das weiß ich nicht so richtig genau. Aber auf jeden Fall ist diese Vollversammlung der Mitarbeiter ein richtiger Desaster, weil danach kam der Mitarbeiterbrief. Und dieser Brief, das schreibt Piepenburg in ihrer eigenen Chronik des Scheiterns, also beschreibt sie als eigentlich das Ende. Also sozusagen, das war schon damals schon klar. Das ist auch das Faszinierende, dass es da alles schon 2015, 16, schon alles gescheitert ist. Also das ist echt das Faszinierende, dass man, also mindestens von was die vorhatten. Also das ist auf jeden Fall im Dezember 16, als Klaus Lederer dann übernimmt, ist schon alles gelaufen. Tempelhof, da gab es kein Geld. Diese so frühere Bespielungen, damit die Gelder angeheizt werden. Also ein Teil des Hauses mitzubringen. Also es gab so das Tempelhof-Programm. Es gab diese Bert Neumann, da denkst du, er wird keiner mit denen zusammenarbeiten. Es gab diese gescheiterte Gespräche, also dieses desaströse Gespräch mit Polarisch und auch da mit Fritsch und so. Es ist ja alles eigentlich extrem früh war das klar, dass das nicht laufen konnte. Und dann gleichzeitig war diese Einkaufspolitik, dass sie sozusagen viel einkaufen und irgendwie nicht, diese extrem teure, große Gewerke zu benutzen. Das ist auch das Faszinierende. Es gab diese, also es ist so, man so einen vollen Kühlschrank hat und man irgendwie, also man bestellt immer Catering. Also und da ist irgendwie dieser Kühlschrank, also voll und irgendwie das Essen wird da nicht benutzt. Und dann natürlich ist das teuer. Aber man hat ja den Eindruck, dass die Projekte, die eigentlich in Tempelhof laufen sollten, dann ins Stammhaus genommen wurden, wo sie nie hinkommen sollten. Wir sehen da ein Dokument, John, das sich bezieht schon auf die erste Spielzeit, auf den laufenden Betrieb, auf Ereignisse, die da stattfinden. Genau, das ist ein interessantes Dokument, weil es geht um, es ist für den Bürgermeister. Bürgermeister, das ist ein RBM-Termin. Regierender Bürgermeister-Termin. Und er wird, das heißt vor Beginn, weil es hieß immer, er kriegt keine Chance. Also es hieß immer, also so eine der Punkte, was man immer gesagt hat, ja gib ihm doch eine Chance. Also und das ist hier im Prinzip vor der Spielzeit. Und wenn du zu der zweiten Seite gehst, also da sieht man hier eigentlich, also die Bildung eines Ensembles als Bühnenakteur wird nicht erkennbar. Trotz dieser gesamten, also öffentlichen Statements, wir machen ein Ensemble. Also Tempelhof wird nicht mehr bespielt, also das Geld fehlt, also was eigentlich als 1,5 Millionen Sponsorengelder. Sind noch 125.000? Ja, ja, aber das ist auch gar nicht bekommen. Also das war nur die Einschätzung, was er bekommen könnte. Also es ist im Prinzip, vor er anfing, also den Bürgermeister in, was war das, August, oder September? Ja, 1. September. Ja, okay, ja. 23. August. Also klar, das kann nicht fliegen. Es ist schön, also hier haben die schon vorher Klartext geredet. Und das finde ich eigentlich faszinierend, dass man sozusagen, also es ist ja, wenn man über die Autobahn laufen will, da irgendwie ohne links und rechts. Und dann magst du nochmal eingehen auf den Punkt B, denn den finde ich sehr interessant. Das war eine große Frage hier. Warum ist da im September, Oktober zu? Warum geht es jetzt im November los? Das mit Dow, wisst ihr, was ist es? Es gab so von einem, es ist ein sehr viel diskutierter Filmprojekt von einem russischen Künstler, dessen Nachname, ich immer falsch ausspreche, Kuschanoffski oder Kuschanoffski? Ich glaube, Kuschanoffski, aber ich versuche es besser nicht. Ja, ja. Also und er hat ein großes Projekt eigentlich mit Karl Helgemann ausgemacht. Also und das sollte im Prinzip der Monat Oktober 17 in der Volksbühne spielen. Und was man wissen muss, ist, dass, also ich meine, ich wiederhole nur, was Menschen, ich kenne mich da nicht so richtig aus, aber das ist anscheinend eine der meist diskutierten Kunstprojekte der letzten zehn Jahre. Das ist so ein riesiges Ding, also von irgendwelchen reichen Menschen in den Uzzlande finanziert und so. Also und da sollte die gesamte Rosa-Luxemburg-Platz-Gegend also abgesperrt werden. Und was man sagen muss, ist, wenn Dercon das hingekriegt hätte, glaube ich, wäre er noch im Amt. Also wenn das ein erfolgreich über die Bühne gegangen wäre, weil das ist, also ich glaube, also mindestens, das wäre eine große Chance für Dercon gewesen. Und die haben das teilweise einfach durch, die haben es einfach versäumt. Die haben irgendwie die, also unterschätzt, wie schwierig das ist, bei der Bezirksmitte irgendwelche Genehmigungen zu bekommen. Ich meine, dass das kompliziert ist, da habe ich da null Zweifel. Aber dann irgendwie, die hatten diese lange Vorbereitungszeit. Und es ist schön interessant, diese Dow hätte die möglicherweise gerettet. und diese große Kunstprojekt. Und die haben es einfach nicht geschafft mit der Genehmigung. Es ist nicht leicht gewesen, sage ich ganz klar. Aber wenn man überlegt, wie viel Geld die für die Vorbereitungszeit hatten, und nicht mal das, haben die erfolgreich Genehmigt bekommen. Und dann dadurch gab es dann diese riesige, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, es gab dann nichts in der Volksbühne bis November. Ich meine, das war so... Warum? Ich meine, wieso, das war auch das, das siehst du eigentlich auch in den Akten drin, wieso wird das Haus immer als Stiefkind behandelt. Also es ging immer so um den Tempelhof und so, aber irgendwie das Haus und was viele einfach als Theater verstehen, also war es immer als Stiefkind. Jetzt wird in dem Vermerk auch betont, da steht eine Besetzung bevor. Das heißt, das war einige Tage davor. Wir sehen jetzt ein kleines Foto, es gibt noch ein paradigmatisches, wo Chris Daker mit zwei Polizisten sozusagen aufs Haus zugeht. Das hat natürlich auch eine gewisse Bedeutung, in Berlin sozusagen mit Polizei sein eigenes Haus zu räumen, also das Haus, das einem da als Intendant anvertraut ist. Meinst du da, das schien mir so, dass dann kulturelles Nichtverstehen war von Berliner Verhältnissen. Wenn ich in die Volksbühne mit Polizeiräumen gehe, dann werde ich da Schwierigkeiten bekommen. Ja, ich meine, ich weiß, dass er sehr gearbeitet hat, dass diese Foto nicht entsteht. Also journalistisch sind sehr viele Barrieren geschaffen, dass es kein Foto gibt von der Kammer der Polizei. Und da gab es Act, also die Polizei hat sehr doll mitgearbeitet, also in welche Eingänge her reingingen. Und da sind Polizeiwagen so hingestellt, dass man das alles nicht fotografieren konnte. Das muss man irgendwie wissen. Ich war da, ich bin Augenzeuge davon. Und ich weiß, also das Bild, die man eigentlich so vorgestellt hat, also Besatzer sind rausgetragen, und der konnte, also das war sehr, sehr schwer, ich weiß nicht, wer das Foto genommen hat, es sind nicht viele. Also, und die waren schwer zu bekommen. Ja. Ja, wir bewegen, oh, wir bewegen uns aufs, wir bewegen uns aufs Ende zu. Noch einmal zurück zu den letzten Tagen. Jetzt ist ja was passiert, ihr wart noch in der Recherche. Genau. Und habt gemerkt, es kommen weiter Unterlagen, es baut sich auf, ihr schreibt, und dann 13.04., jedenfalls für die Öffentlichkeit, plötzlich Rücktritt, Kündigung, und ihr müsst mit dem Stück raus. War das für dich überraschend? Ja, das war auf jeden Fall überraschend. Also, ich habe da an den Abend, bevor er gekündigt wurde, zwei Stunden mit Chris Dercon geredet, also in seinem Intendantenbüro. und er hat extra sein René-Pollasch-DVDs mitgebracht, also die Hefte der Zeit, die DVDs in der Hand gehalten und mir da mehrfach die hochgehalten hat. das war ihm, glaube ich, am Ende der einzige richtige Punkt, der ihm richtig wichtig war, war dieser Dings, das er Pollasch nicht kannte. Also, das wollte er, das findet er, fand er ganz, ein ganz übeler Vorwurf, weil das für ihn nicht stimmte. Und, und sein Zugang zu Pollasch, glaube ich, war eher, es gab so eine Ausstellung, also in einer bekannten Berliner Galerie, die kannte das nicht, also, dass es diese Ausstellung gab, und da hatte er irgendwie was von Pollasch gesehen, und das war sein Zugang. Und er hatte dann diese DVDs mitgebracht, das heißt, diese ganze Vorwurf, dass er die da online gestellt hat und so, dass das nicht stimmt, also, ja, aber das war, das muss man wissen, an dem Montag ist, gab es die Erklärung der finanziellen Krise, das war so ein Mittwochabend, die ich da zwei Stunden mit ihm verbrachte, und dann an den Donnerstagvormittag ist er um 10 Uhr zu der Kulturverwaltung, wo er gekündigt wurde. Und, das heißt, das war einer von seinen letzten, und es war auf jeden Fall sein letzter Abend da, also, als wir da waren, und, er war sehr reflektierend, und, also, ich bin da mit den Aktenordnern, also, so mit ihm durchgegangen, und, ich meine, das ist alles nichts zu bestreiten, also, also, wenn du die Papiere anguckst, das ist nicht, und es gibt keine Möglichkeit, so, irgendwie das in andere Spinn zu geben, weil es steht da. John, jetzt ist ja die Frage, damit ist die Geschichte ja nicht vorbei, aber welche Fragen sind für dich noch auf, die du weiter verfolgen wolltest? Ich glaube, die tatsächliche Frage nach der Verantwortung, also, ich meine, im Prinzip ist nichts so ganz klar, also, wer hat tatsächlich diese große Berlin-Folksbühne-Projekt eigentlich genehmigt, oder ist das tatsächlich nur ein Renner-Derkon-Idee? Ich meine, und klar hat der Bürgermeister unterschrieben, aber es ist auch bekannt, dass er, dass Kultur nicht sein Schwerpunkt ist, und die Frage ist diese große Vision, also, wo die Volksbühne, die Markenzeichen der Stadt Berlin wird, ist das mit irgendjemandem abgesprochen? Also, das weiß ich nicht. Also, ist das nur ihr eigenes Ding gewesen? Also, haben die, ich meine, haben die das innerhalb, also, ich sage mal, des Kabinetts von Müller, es gab jemals eine Absprache darüber? Und ich meine, die sind selber teilweise nicht damit rausgekommen. Das ist auch das Faszinierende, wir haben das in den Akten entdeckt, aber, ich meine, wenn man so ein großes Ding vorhat, also, warum wird es nicht kommuniziert? Warum wird es nicht kommuniziert? Und würde das irgendwo in der Politik kommuniziert? Und da kommt dann die Frage der Verantwortung, finde ich, das ist eigentlich so wichtig, rauszukriegen. Und deswegen, wir wollen da weiter recherchieren, weil ich finde, das sind viele Fragen noch nicht beantwortet. Eine letzte Frage, bevor natürlich auch aus dem Publikum gefragt werden kann, warum haben die alle mit dir geredet? Weil vorher haben sie mit so ziemlich niemandem geredet. Man merkte relativ schnell, dass das Team DERKON Redebedarf hatten. Dass sie sehr umkreist gefühlt haben. Die haben sich in einem wahnsinnigen Konflikt auch gefühlt mit den Mitarbeitern. Die haben sich auch sehr von Berlin angefeindet gefühlt. Also da kam sehr, sehr häufig immer wieder die Beschreibung von der persönlichen Sicherheit von DERKON. und die sind auch, also das haben die mir immer wieder gesagt, also seine Stärke ist seine Fähigkeit, öffentlich zu reden und Menschen zu überzeugen. Also das habe ich von dem Team DERKON 25 Mal gehört. Ich meine, die haben da viel Zeit mit denen verbracht, in den Wochen vor dem Dings. Und eigentlich, wenn du guckst, seine öffentlichen Auftritte in Berlin waren Katastrophen. Und das war ja eigentlich so eine Art Volkssport. Also da hast du das gehört, was DERKON gestern Abend gesagt hat. Also und das, ich meine, das sagte mir auch einer von seinen Hauptmitarbeiter, Herr Götz, Sie müssen verstehen, er muss geliebt werden. Also er kennt das nicht. Er kennt, also ich zitiere, also das ist nicht mein, ein anderer Mitarbeiter sagte, also er kennt eigentlich in seinem Leben nur Erfolge. Und das ist das erste Mal, wo es nicht klappt. Und er versteht das nicht. Und ja. Ja, der Vorhang ist schon fast geschlossen, aber ich frage erst mal hinein, Lea, magst du das Mikrofon geben wegen des Streams? Hier vorne. Ja, mich würde interessieren, im Anschluss an das, was Sie gerade gesagt haben, ist es DERKON, wenn schon in der Außenkommunikation das nicht so gelaufen ist, wie er sich das erwünscht hat, nach innen, ins Haus, eine gute Kommunikation aufzubauen und sein Team zusammenzuhalten? Nein, also mir würde ganz klar gesagt, dass das Problem mit der Volksbühne ist, dass es noch nicht die Wende erlebt hat. Und es gibt einen Artikel von einem Journalisten, das würde mir hoch empfohlen, dass man gucken, diese Artikel lesen soll, dass die Wende hat in der Volksbühne noch nicht stattgefunden und damit müssen die umgehen. Und dass das ein großes Problem ist mit der Wende. Und das ist einer der einzigen Orte, in der ehemaligen DDR, wo es keine Wende gibt, es ist eine Volksbühne. Und damit kämpfen die. Also alles arg sehen, ja, ja. Also die hatten auch, das muss man auch sagen, die sind gewöhnt, glaube ich, an Umgangsformen, also eher in barocker Natur, so in vielleicht der Kunstszene in London, ich weiß es nicht. Du meinst Derkon, ich nicht die Mitarbeiter. Derkon, ja. Also und Berliner Umgangsnormen waren sehr fremd. Also und das mit Humor nehmen, haben die nicht gemerkt. Also ich glaube, dass das ein ernstes, also ein realer Faktor war, in wie es denen ging. Also dieser Umgang, dass man irgendwie nicht, Frau Direktorin, ich weiß gar nicht, was die da erwartet haben, aber das kam nicht. Ich wüsste gerne noch was zum Verhältnis von Christak und Tim Renner, weil in diesem Einschreiben, das Sie da projiziert haben, stand ja, also er hat Ihnen Mut gemacht für die nächste Schlacht, hat aber auch geschrieben, das ist alleine eure. Und er war ja dann auch irgendwann weg. Inwiefern hat er denn da irgendwie, ist ja zu seiner eigenen Verantwortung gestanden, oder hat er jemanden auch hängen lassen? Wie hat sich denn das entwickelt, als dann sozusagen dieses Team DERKON alleine gespielt hat und gegen jemand anderen sozusagen antrat? Na, es ist um die Lotto-Gelder, gegen die Lotto-Gelder, ich weiß nicht, ob ihr das noch in Erinnerung habt, also es gab so, DERKON hat Lotto-Gelder beantragt und es ging um 500.000, damit die in Tempelhof spielen könnten, damit die die Sponsorengelder anheizen können. Diese Tempelhof-Ding, es war immer, um die Sponsoren anzuheizen. Also, und als sozusagen das zu Ende ging bei Tim Rainer, hatte er diese bekannte SMS, die wir nicht in der Geschichte drin haben, weil das war schon bekannt, also wo er die CDU da gesimst hat, jetzt habe ich das große, für den Wortlaut habe ich jetzt nicht mehr so, aber ich habe für euch den großen Sollenheiliger der Linken, Frank Kastorf jetzt beendet oder was weiß ich und jetzt DERKON unterstützen mit den Lotto-Geldern. Und das kam dann doch raus, diese SMS. Also er bemühte sich sehr, also dass es DERKON gut geht. Also er hat sich sehr danach bemüht und aber im Dezember 16 hatte er die Markt nicht mehr. Und was man auch sagen muss, im Dezember 16 war auch nichts mehr richtig zu machen. Also, also bevor es losging, war es schon vorbei. Also, es interessiert mich, wenn jemand anders zu einer anderen Schlussfolgerung kommen könnte, wenn man durch die Akten blättert. Also, ich bin ganz offen, wenn irgendjemand anders das anders lesen würde, also ich sehe das nicht. Also ich sehe keine Möglichkeit im Dezember 16, dass es in irgendwelche Weise laufen könnte. Ja, hier unten liegt der Aktenordner. Die Recherche ist chronologisch drin mit allem, was nach dem IFG angefordert wurde. John, erst mal ganz herzlichen Dank, nicht nur dafür, dass du gekommen bist und uns das erzählst, sondern auch für den Umstand, dass du tatsächlich investigativ, eigentlich mit einer investigativen Intervention der Sache wirklich auf den Grund gegangen bist. Weil viele haben geschrieben, es gab viele Meinungen, es gab viele Spekulationen, aber ich glaube, du und Peter Laudenbach sind die Ersten mit diesem Stück, die tatsächlich versucht haben, via Belegen, via Fakten, via Quellen uns ein Bild zu schaffen, das, ich sage mal, die Dinge deutlicher werden lässt. Und in dem Sinne, herzlichen Dank. Vielen Dank.